Es gibt keine schlechten Fragen, wenn es um Blockchain Basics geht. Und ganz besonders dann nicht, wenn es um die größten Blockchains geht, die wir als Basis-Netzwerke für sämtliche DeFi, NFT und Web3-Anwendungen nutzen. Mir ist aufgefallen, dass wir mittlerweile so selbstverständlich davon ausgehen, dass Basis-Netzwerke existieren. Wir handeln wie wild mit ETH, bridgen unsere Tokens zwischen den Plattformen hin und her, bauen IFRIC, DApps, selbst Institute rüsten sich für die Massenadoption auf. Doch hey, überleg mal, bestimmt ist schon mal dein WLAN-Router ausgefallen oder die Stromsicherung in deiner Wohnung. Was ich damit sagen will. Es wird Zeit, dass wir uns der Sicherheit und dem Risiko von Basis-Netzwerken widmen. Kein Second-Layer-Schnickschnack, nein, jetzt geht's um Solana, um die Sonnenzeiten und Regentage, eine der größten Basis-Blockchains. ETH, der später CEO von Solana werden sollte, eine spannende Entdeckung. Warum schaffen dezentrale Netzwerke wie Bitcoin und Ethereum nur bis zu 15 Transaktionen pro Sekunde, während zentralisierte Netzwerke wie Visa bis zu 65.000 schaffen, ohne bei der Menge zu verstopfen? Diese Frage ließ den damaligen Softwareentwickler, der früher bei Firmen wie dem Halbblätterhersteller Qualcomm oder Dropbox gearbeitet hatte, nicht mehr los. Anatoli verließ die Firma Dropbox und widmete sich der Frage, wie wird eine Blockchain schneller? Und dann kam die Antwort, die 2017 ins Whitepaper einging. Eine Blockchain wird schneller, je einfacher sie synchronisiert. Ethereum und Bitcoin synchronisieren erst dann, wenn viele Transaktionen in einem Block gebündelt aufgezeichnet werden, ihnen fehlt eine zuverlässige Uhr. Denn hätten alle Computer einen Zeitstempel als Beweis, könnten sie sich statt von Block zu Block in traubenförmigen Clustern einigen, ohne sich vertrauen zu müssen. Doch wie baue ich eine Uhr in eine Blockchain? Die Lösung lieferte Anatoli eines Nachts Bitcoin. Warum nicht den kryptographischen Sicherheitsalgorithmus von Bitcoin nehmen? Die Hash-Funktion SHA256, um jede Transaktion mit einer Uhr einem Zeitstempel zu verpassen. Unabhängig vom ganzen Block? Der kombinierte Proof-of-History mit Proof-of-Stake-Mechanismus für Solana war geboren. Bei Proof-of-History checken Validatoren für den kurzfristigen Beweis der Transaktionen ab und wählen in einem Rotationsplan den Anführerknoten, den Leader. Und der Leader kümmert sich jetzt um den langfristigen Beweis. Er ordnet die bestätigten Transaktionen in Blöcken an. Die Transaktionen werden also getrennt vom Datenblock verarbeitet. Das Ergebnis? Ein Block kann etwa alle 400 Millisekunden entstehen. So schnell können wir gar nicht blinzeln. 2018 begann die Prototypenentwicklung. Sein ehemaliger Kollege Greg Fitzgerald und weitere Mitarbeiter von Qualcomm, Apple oder Microsoft schlossen sich mit der Zeit im Kernteam an. Wie zum Beispiel Rai Gokai. Heute ist er Ratsmitglied der Solana Foundation. Davor war er Produktmanager bei Omaha Health und hat das Medizinerunternehmen Sano mitgegründet. Aus dem Zusammenschluss entstand das Unternehmen Loom, welches später in Solana Labs umgetauft wurde, um eine Verwechslung mit Ethereums Loom-Netzwerk zu vermeiden. Solana ist heute ein Unternehmen mit Hauptsitz in San Francisco. Der Name in Anlehnung an den kalifornischen Strandort Solana Beach, wo Anatoly und seine Kollegen früher surfen waren. Daneben wurde die Solana Foundation als zweite gemeinnützige Stiftung gegründet. Sie stehen hinter der Solana Layer One Blockchain. Eine Hochgeschwindigkeits-Blockchain, die über 50.000 Transaktionen pro Sekunde abwickeln soll. Eine Blockchain, die kaum Gasgebühren hat. Unter einem tausendstel Dollar pro Transaktion. Einen Blockchain mit Bitcoins, Hash-Funktion als Uhr. Wird das Projekt Erfolg haben? Das Solana Projekt schien vielen großen Investoren lukrativ. Solana sammelte von Venture Capitals, wie du hier siehst, von 2018 bis zum Mainnet-Start 2020 knapp 25 Millionen US-Dollar ein. 2020 dann wurde das Mainnet-Better gestartet und der Sol-Token öffentlich eingeführt. Die Einnahmen rieselten. Im Juni 2021 kam es zu einer gigantischen Finanzierungsrunde. 314 Millionen US-Dollar sammelte Solana von Investoren wie Andresen Horowitz oder Polychain Capital ein. Das Fundament für den Höhenflug war gelegt. Solana stieg in den Zenit auf. Noch ein Jahr zuvor unter einem Dollar, ein Jahr später allzeithochem Bullrun bei rund 260 Dollar November 2021. Was für ein Chartverlauf. Im Bullrun, stieg die Anfrage in Transaktionen. Solana als High-Speed-Netzwerk schien wie gerufen und profitiert seitdem von der Entwicklung des Web3, DeFi und des NFT-Markts. Heute zählt Solana mehr als 11 Millionen aktive Nutzer und ist stark im Gaming- und NFT-Sektor vertreten. Das gesamte Ökosystem von Solana beherbergt auf seiner Homepage hunderte von Projekten, darunter das bekannte Move-to-earn-Spiel Steppen. Auf Solana wurden bisher über 32 Millionen NFTs geprägt, die Kosten zum Prägen weit unter einem Cent. Solanas derzeit beliebtester NFT-Marktplatz ist Magic Eden, der sich letztes Jahr neue 130 Millionen US-Dollar an Investorengeldern sichern konnte. Es Bärenmarkt. Macht denn so ein Investment überhaupt Sinn? Ich mache mir keine allzu großen Sorgen, dass ich zu viel bezahle, denn der Gegenwind wird 18, vielleicht 24 Monate und nicht sechs Jahre anhalten. Warten, bis der Nutzer erst in sechs Jahren kommt, das wollten die NFT-Marktplätze dann doch nicht mehr. Der Ethereum-freundliche NFT-Marktführer OpenSeer integrierte 2022 Solana. Und Magic Eden zog nach und integrierte Ethereum diesen März 2023. Seitdem können ausgewählte Solana und Ethereum-NFT-Sammlungen auf beiden Märkten gehandelt werden. Aktuelle Daten allein von April 2023 zeigen, nach Ethereum ist Solana die zweitgrößte Layer-1-Blockchain im NFT-Markt mit einem Handelsvolumen von 90 Millionen US-Dollar und das in schlechten Zeiten. Übrigens, Melania Trump ließ sich das NFT-Business damals nicht nehmen. Die Frau des Ex-Präsidenten startete im Januar 2022 eine Auktion mit einer NFT-Head-of-State-Collection auf Solana. Ihr Startangebot 250.000 Dollar. Nur blöd, dass dann der Solana-Kurs absackte, Melania die Auktion beendete und am Ende 170.000 Dollar 1.800 Sol umgerechnet übrig blieben. Bis heute wird spekuliert, wer der Käufer war. Vielleicht, was Melania sogar selbst, wie Berichte aufdecken, vom Büro kein abschließender Kommentar. Abschließend siehst du hier die Unternehmen eingeblendet, die Solanas Technologie mit auf ihre Plattformen aufgenommen haben. Zum Beispiel integrierte der Konzern Meta auf Insta und Facebook das Phantom Wallet, über welches Solana-NFTs gehandelt werden können. Dann Google Cloud. Ende 2022 auf Solanas Hauskonferenz wurde die Partnerschaft enthüllt. Google soll unter anderem blockproduzierender Solana-Validator werden. Außerdem soll eine der neuesten Google Cloud-Errungenschaften, die Blockchain Node Engine, auf Solana integriert werden. Das ist so eine Art Web3-Hosting-Service, damit Nutzer eigene Solana-NFTs in der Cloud betreiben können. Solche Integrationen beschleunigen die Web3-Entwicklung und die Massenadoption. Im gleichen Atemzug gab das Team bekannt, endlich eine erste Version des ersten eigenen Web3-Smartphones auf den Markt zu bringen. Das sagenumwobene Saga soll neben einer Reihe von Web3-Features private Keys von Kryptowallets sicher speichern können. Im April gingen die ersten Vorbestellungen für stolze 1.000 Dollar raus. Laut Anatoli, cheap enough to try. November 2021 läutete die Marktkorrektur ein. Der Markt samt Solana-Kurs kühlte über 2022 ab. Inflation und Zinspolitik bildeten düstere Wolken über Solana wie der gesamten Kryptowelt. Im Juli 2022 reichte der Investor Mark Young gegen Solana eine Sammelklage vor einem kalifornischen Bezirksgericht ein. Solana hätte nicht registrierte Wertpapiere gekauft und dafür geworben. Solana habe die Top Burn sowie die tatsächliche Umlauffänge nicht transparent veröffentlicht. Kleinanleger hätten deswegen viel Geld verloren. Derartige US-Klagen sind nichts untypisches im Kryptospace. Denk an die SEC-Klage gegen Ripple. Häufig berufen sich die Kläger auf den heiß geliebten über 1000 Jahre alten Howie-Fall. Mehr zu Howie findest du ein extra Video auf meinem Kanal. Bärenmarkt, Sammelklage, die Wolken türmten sich über Solana. 2022 folgten mehrere Angriffe. Im August wurden über 10.000 Solana-Softwallets gehackt, die gestohlene Summe über 5 Millionen US-Dollar. Der Grund dafür lag angeblich nicht direkt an Solanas Kernsoftware, sondern am Wallet-Anbieter-Slope. So weitere Hacks betrafen die Wormhole-Bridge, die dezentrale Finanzanwendungen für Solana, aber auch für Ethereum unterstützt und weitere DeFi-Protokolle wie z.B. das Landing-Protokoll Solend oder das Dablecoin-Protokoll Casio. Letzteres wurde interessanterweise nie von einer Drittpartei geprüft. November 2022 kam dann der Super-GAU. An dieser Stelle einen fetten Dank an Sam Bankman-Freed, FTX und Alameda. SBF und die Solana Foundation pflegten mehr wie manch andere Netzwerke enge strategische Beziehungen. Die Kryptobörse FTX war stark interessiert daran, dass Solana wächst und hatte dazu Projekte mit Solana gestartet. Solange sie noch nicht pleite waren, lebten sie glücklich und zufrieden und kauften sich von Beginn an ins Geschäft ein. Schau dir hier nochmal die Investoren aus der privaten Finanzierungsrunde an. Klingelt was? Alameda Research ist darunter. Schwesterfirma von FTX. Die rund 50 Millionen eingekauften Solana-Tokens liegen seit der FTX-Pleite bei den Insolvenzverwaltern. Angelemes Gefühl? Wohl kaum. Irgendwie müssen diese Tokens im Laufe des Insolvenzprozesses ihren Weg zurück in den Umlauf nehmen, was den Preis nach unten drücken könnte. Der Solpreis sackte allein aufgrund dieser Hiobsbotschaft drohen 65 Prozent innerhalb eines Monats ab. In Summe verlor Solana über das letzte Jahr über 90 Prozent seines Wertes. Und jetzt? Ist Solana tot? Nein. 2023 erholte sich der Kurs ein wenig trotz der darauf folgenden Bankenpleiten in den USA und dümpelt bis heute vor sich hin. Was für ein Glück! Solana lebt. Es sterben nur die Banken. Übrigens, nicht nur der Sol-Token litt unter der Beziehung FTX und Solana. 2020 launchte FTX die DeFi-Plattform Serum mit dem SMR-Token auf Solana als Wettstreiter zu Ethereum-freundlichen DEX Uniswap. Infolge der FTX-Pleite erlitt die dezentrale Exchange, Liquiditätsengpässe und kratzte ab. Das Drama allein reichte nicht. SPF gönnte sich wohl als Investor eine Art Upgrade-Autorität bei der Handelsplattform. Vielen aus der Community war es dann doch zu riskant, dass über diesen Private Key-Shard-Software eingespielt wird. Daher entschied sie sich für eine Hard Fork. Seitdem läuft die Abzweigung unter den Namen Open Book. Fällt dir was auf? Viele dieser genannten Probleme wurden durch Partner oder Plattformen außerhalb der Basis-Blockchain ausgelöst, die Solana selbst nicht steuern konnte. Solana ist nicht dezentral. Häufig wird kritisiert, dass Solana durch einzelne Parteien zunehmend zentralisiert wird. Es ist die klassische Debatte um Dezentralität. Dabei geht es weniger um die Anzahl der Validatoren. Mit knapp 2000 Stück liegt Solana sogar im Mittelfeld. Nein, es geht vielmehr um die Kapitalgeber zu viel Macht haben einzelne Venture Capital Firmen. Das mag stimmen, doch Investoren haben das Geld, was Unternehmen wie Solana in der Anfangsphase wie im Bärenmarkt finanziert. Wie normale Start-ups auch. Und lieber fremdfinanziertes Kapital als gar kein Kapital fürs Projekt, dessen Verlustrisiko sonst Privatanleger tragen müssten. Dennoch finde ich es nicht gut, wenn Investoren zu viel Mitspracherecht bekommen. Leider haben uns das Erfahrungen wie die FTX Pleite gezeigt. Das Problem liegt nicht nur an der Zentralisierung durch einzelne Kapitalgeber. Es liegt an den Kapitalgebern selbst, wie sie heute mit Menschen, deren Geldern und Unternehmen umgehen. Klar ist, dass wir die Solana Blockchain als allgemein zentralisierte einstufen müssten als Bitcoin. Auch wenn ein Vergleich sehr schwierig ist. Solana fällt doch immer aus. Ja, das ist wohl wahr. Anatoli nennt es den Fluch. Allein 2022 an den sieben Netzwerkausfälle. Solana wird zum Glatsch im Bärenmarkt. Solana fällt erneut aus. Und wieder 48 Stunden. Solana Netzwerk fällt wieder aus. Macht ein Investment überhaupt noch Sinn? Lasst uns die Ausfälle mal näher untersuchen. Januar 2022 leuchteten viele Kästchen rot. Solana Status berichtet, die Leistung wurde am 6. Januar beeinträchtigt. Es waren zu viele rechenintensive Transaktionen. Partieller Ausfall. Im Solana Status Report wird auf Probleme zwei Tage zuvor nicht eingegangen, als das Netzwerk am 4. Januar paar Stunden offline war. Die Nutzer zerrissen sich darüber in den Medien. War es ein erneuter DDoS-Angriff wie damals 2021, bei dem das Netzwerk bewusst mit Transaktionen überflutet wurde? Oder nur eine Art Netzwerkproblem, wie Anatoli schrieb, ausgelöst durch Entwicklungsarbeiten an der Beta-Version des Netzwerks? Wir machen weiter. Ende April, Anfang Mai 2022. Netzwerküberlastung laut Report. Laut Medien prägten zu viele Bots-NFTs. Dann Juni. Ausfall des Mainnetz-Beta. Außerdem schien die On-Chain-Zeit aufgrund der längeren Blockzeiten hinterher zu hängen. Tickt die Uhr nicht richtig, die so wichtig ist für das Netzwerk? September 2022. Leistung beeinträchtigt. Oktober 2022. Leistung beeinträchtigt. Februar 2023 zuletzt. Ein Software-Update löste angeblich einen Bug aus. Das Netzwerk musste zweimal neu starten. Wie? Neustart? Warum zieht Solana aus Sicherheitsgründen provisore stundenlang den Stecker, während andere Netzwerke wie Ethereum oder der XRP Ledger ununterbrochen laufen? Sind das die Kosten, die Solana zahlt, um kostengünstige Transaktionen anzubieten? Wie Solanas CEO erklärt, ist das der Preis, eine schnelle Blockchain zu sein. Solana verarbeitet am Tag Millionen von Transaktionen, während andere Blockchains nur Bruchteil dessen verarbeiten. Solana Validatoren bekommen viel mehr Datenlast pro Sekunde ab, um die 30 Millionen Transaktionen pro Tag. Damit schaffe das Netzwerk mehr als alle anderen Ketten zusammen, erklärte Anatoli. Kritiker sehen den Fehler eher im Design. Durch den Zeitstempel kann ein Angreifer leichter den nächsten Blockproduzenten finden und Validatoren gezielt attackieren. Wie auch immer, das Problem zu erklären hilft nichts. Daher soll das Mainnet 2023 mit weiteren Upgrades kernsaniert werden. Außerdem soll ein zweites Validatoren-Netzwerk im Falle eines erneuten Ausfalls wie eine Art Notstrom-Aggregator aushelfen. Hoffen wir mal, dass Solana den Fluch eines Tages lösen wird. Solana ist schnell, skalierbar, interoperabel, entwicklerfreundlich, arbeitet mit starken Partnern zusammen, hat ein großes Ökosystem aufgebaut, die Community ist groß, bunt und absolut engagiert. Die Tokenomics verhalten sich ähnlich zu Ethereum. ETH und Sol haben keinen definierten Maximalvorrat. Beide verfügen über deflationäre Burning-Mechanismen wie inflationäre Mechanismen. Bei Solana gibt es einen festen Inflationsplan mit einem initialen Gesamtvorrat. Auf lange Sicht soll diese Inflation 1,5 Prozent betragen. Das erkennst du hier. Auch wenn es sich hierbei nur um ein Idealmodell handelt, ein Anleger kann grob planen. Alles in allem, viele Schnittmengen zu Ethereum, beide haben Vorteile wie Nachteile. Doch hey, Ethereum hat doch mehr Marktanteile, oder? Ethereums heißgeliebter First-Mover- und Netzwerkeffekt. Wenn ich eins in den letzten Jahren über Krypto gelernt habe, dann wohl eins. Bei Krypto ist alles möglich. Höhen wie Tiefen. Ethereum ist aktuell immer noch zu teuer. Auch wenn es im Bärenmarkt kaum auffällt, weil das Netzwerk nicht verstopft. Doch im Bullrun? Ich glaube, da hat keiner Bock, für jeden Trade oder ein NFT-Bild mehr ETH zu zahlen als nötig. Eine DEX braucht ein hohes Handelsvolumen für eine hohe, ausreichende Liquidität, damit sie genutzt werden kann. NFT-Marktplätze ebenfalls. Am Ende ist alles eine Langzeitwette. Bekommt Solana sein Ausfallproblem in den Griff, freuen sich die Solana-Halter. Bekommt Ethereum sein Skalierungsproblem in den Griff, freuen sich die ETH-Halter. Ich finde es einfach verrückt. Wir hatten noch vor ein paar Jahren Themen über Blockchain-Basics. Es waren keine schlechten Fragen. Wie baue ich eine gute Blockchain? Wie wird sie schneller? Können wir sowas bauen? Wir wetteten mit der Technologie. Heute wetten wir mit der Zeit. Wir wetten darüber, ob Gasgebühren im Bullrun über Marktanteile entscheiden. Was ist deine Langzeitwette? Ach ja, es gibt keine schlechten Fragen über Blockchain und Krypto. Wenn du mehr zu einfachen Erklärungen und Krypto-Basics brauchst, findest du Videos auf meinem Kanal. Zum Beispiel, was ist DeFi oder welche unterschiedlichen Kryptowährungen gibt's? Links zu den Videos habe ich dir unten angepinnt. Ansonsten freue ich mich wie immer auf dein Feedback. Mir ist Aufklärung und Bildung absolut wichtig. Daher freue ich mich, wenn du weitere Anregungen für mich hast. Schreib mir doch gerne einen Kommentar. Ansonsten, ich bleib bis dahin von Krypto fasziniert und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss! Oder die Stromsicherung in deiner Wohnung. Warum müssten die Leute immer dann noch zur Arbeit gehen? Jako Venko, der spätere CEO von Sydney. Wolken über Solana. Der Solpreis sackte allein aufgrund dieser Pro-Hiobsbotschaft. bis zum nächsten Mal. Außerdem ist die Leute ein Zettung. Und wenn ihr sagt, dass ich